Hallihallo und damit auch mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Kit-Vorstellung in dem Modus Dominate. Es ist die letzte Woche und die letzte Klasse, die wir jetzt anspielen werden. Und welche ist es? Der Brood, wie ich schon letzte Woche erwähnt habe. Also sozusagen der Tank oder Paladin, also so wie man es möchte. Und gucken wir mal dieses Standard-Bild an. Da haben wir den Block-Toss auf Level 4. Bringt uns einfach, dass wir einen Block vom Boden grabben können, also einen ganz leichten Block. Ich glaube, jetzt können wir keinen Stein hochheben oder sowas, sowas wie Dirt. Können den aufladen und schmeißen und den Gegner damit gut Schaden zufügen. Dann haben wir Seismic Slam. Dann können wir einfach in die Luft springen und dort, wo wir halt aufkommen, eine Druckwelle erzeugen, die den Gegner einen Schaden zufügt. Und wenn wir nah genug dran sind, auch sehr gut in die Luft schmeißt und dann damit, oder dadurch besser gesagt, nochmal guten Fall-Damage geben kann. Dann haben wir Stampede. Ich weiß jetzt nicht, wer es stampelt oder so, wie man es aussprechen soll. You slowly build up speed as you sprint. You gain a level... Okay, genau. Wenn wir immer dann sprinten und die ganze Zeit im Sprint-Modus bleiben, das ist so ähnlich wie der Sonic Kid in Ender Games, dann werden wir immer schneller und schneller und schneller und das geht bis Maximum Speed 3. Und dann haben wir noch den letzten Skill. Also wir geben Slowness, wenn wir einen Gegner mit unserer Axt tippen. Dann wäre es eigentlich auch vom Vorteil, wie ich hier unten schon eine Power-Axt hin habe. Also wir haben sonst immer ein Dia-Schwert gehabt, aber diesmal haben wir eine Power-Axt, genau wegen diesem Skill. Und ich muss dazu nochmal eine Sache anmerken. Man sieht ja hier, Crippling Blow ist auf Level 1 Maximum. Also achtet hier nochmal drauf, da steht die Zahl 1 von 1. So, gehen wir hier, das ist das Standard-Build. Gehen wir drauf, steht da unten, Seismic Slam Level 3, Crippling Blow Level 2. Und das ist so eine Sache, die gar keinen Sinn ergibt, aber ich glaube, da ist so ein Fehler unterlaufen. Da steht ja auch noch, hier, der C-Passive ist Recharge und den Recharge-Skill, wenn man den skillen würde, dann hätte man das nochmal. Ah genau, dann mache ich das mal ganz kurz. Hier, dann müssen wir das ganz kurz abändern, das so und... Hä? Recharge gibt's gar nicht mehr. Ah, da ist ein Skill anscheinend entfernt worden und deswegen ist da noch diese Alter-Einstellung sozusagen drin. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Runde wieder und hier ist mein verdammter Pack-Esel und... Ja, ne, bis gleich. So, und da sind wir auch schon in der Runde. Man kann hier ganz links an der Seite sehen, der Kirito-San. Also, der Nico ist auch wieder dabei und hat im Übrigen auch einen neuen Skin. Sag mal, hallo. 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 Und deinen neuen Skill hab ich selber noch gar nicht richtig gesehen, ne? Ich hab den schon, Nico. Okay. Okay, du bist nur übergesprungen. Ich dachte schon. Mit diesen wunderschönen Seismic-Slam-Kommandaria hochspringen. Nee. Nee, ich hasse den Skill. Wieso? Oh, oh, guck mal, da kommt Feuer. Verdammt. Okay, wir brennen irgendwie gar nicht. Ich hab ein bisschen Knockback bekommen. Er hat mich nicht mal getroffen. Nein? Ja, schon. So, okay. Und zock. Boom. Beide fliegen weg, aber beide ins Wasser, glaub ich. Ja. Oder eine nicht, der eine nicht. Du hast mich mit runtergebrochen. Ja, also man muss schon dazu sagen, ne? Der Brood ist auch so ein richtig guter Teamspieler-Charakter. Nee, nicht, ne? Ja, mit den Seismics zu lernen muss man ein bisschen aufpassen. Und wenn man, ja, obwohl ich, nee, das sag ich noch nicht, ne? Mit diesen einen Greif-Skill da so, dass man nachher auch so Menschen greifen kann, ne? Ach so. Damit hast du mich auch genervt. Ja, dieser Skill ist auch eigentlich relativ schön. Man muss aber dabei bedenken, ne? Teamkilling, äh ja, Teamkilling halt, ne? Ist strafbar. Aber muss uns ja nicht interessieren, ne, Nico? Ja. Glaub schon. Und jetzt, jetzt sag mal, hast du den Skill eigentlich selbst gemacht, oder? Sag ich dir nicht. Nein, der ist selbst gemacht. Okay, gut. Warte mal, ich ziehe mal Rüstung aus. Nein, nein, das kannst du hier nicht, das kannst du hier nicht. Das zeigt mir einfach irgendwann mal und die Zuschauer werden das auch irgendwann mal sehen. Früher ging es. Früher ging es. Ja? Ja, früher ging, kann man mal Rüstung ausziehen. Doch, und Dominate. Ja. Okay. Äh, voll fail. Hier ist ein Blau. Ich krieg den Blauen an. Dann ist ein Roter. Boom! Boah, ich hab ihn fast rausgepusht. So, hab ihn... Nein, er hat ihn hier in Lightning im Obd drin gelassen. Hä? Der hat sich gar nicht aktiviert. Ja, weil er da ist. Ach so, dann aktiviert er sich nicht mehr? Nee. Okay, gut zu wissen. Wieder was Neues gelernt. So, ich hab ihn bekommen. Es hört sich nur so an, ob sich das aktiviert, aber aktiviert sich nicht. Ja, so danach verschwindet einfach der Orb, ne? Ja. Gut. Wo weiß ich das jetzt auch? Oh, halt dieser Passive, dass man so schnell laufen kann, ist so geil, um Leute zu verfolgen. Ich fühl mich einfach schneller als dieser Assassine da hinten. Okay, jetzt nicht mehr, aber... Oh, das Mage. Okay, der ist abkarrt. Er merkt gar nichts. Jo, ich komm jetzt auch. Oh, er läuft weg. Ich lauf ihm mal nach, du kannst einnehmen. Oh, ne, er hat mir's noch gegeben. Wo ist er denn? Ich weiß jetzt nicht, ich bin blind. Ja, ich seh ihn selbst nicht. Ja, ja, er ist dann immer unsichtbar auch für diese Zeit. Ah, hinter uns. Okay, gut. Ich hol eben den GAM, ne? Komm danach. Den packst du bestimmt alleine, so. Hau dir wieder ab? Ich bin gerade so schlecht, ne? Ich hab das Jump Run nicht mal ansatzweise geschafft. Oh, yeah. Wir sind blau, ne? Gut, aber das ist easy. Ja, ach, nee, das ist auch easy. Aber ich hab den ersten Sprung... Oh. In der Luft hab ich ihn gerade nochmal gehitzelt, wo ich mein Selbstmix-Glam gemacht habe. Er mich aber auch. Gut, das ist doch. Oh, ja, man. Oh, yeah. Darüber. So, da ist wieder jemand. Oh, was hau ich dir mit ein? Oh, fuck, nein. Geht mich, geht mich, geht um mich. Es wird knapp für mich, die Suppe. Ich hätte nur noch 1,5 Hertz und wärst du nicht da gewesen, wär ich da umgegangen. Weiß nicht, ich brauch neue Suppen. Ich muss mir auch neue Suppen holen. Da. Oh, da hinten. Da nimmt unser Team ein. Gut, so. Ich unterstütze hinten auch. Oh, nee, ich hab mir den Wasser abgebaut. Oh, diese Magier. Ja. Wow. Du hast mich in die Luft geschleudert. Nice. Ich muss mal diesen Dings da, Blocktoss, mir öfter benutzen. Letzte Sunde hab ich das gerne gegen dich eingesetzt, aber... Wow. Verdammt. Dazu muss man ja sagen, in der vorherigen Sonde war der Niko im Gegner zu deswegen. Wow. Ich zackt nicht. Ich bin behindert. Oh, komm, die Spinnnetze. Aber ich baue hier mit meinen Blöcken ein bisschen so die Landschaft um. Scheiße. Oh, nein. Oh, Junge, ich hab richtig viel Voll-Damage bekommen. So, oh, gut. Oh, noch ein halbes Herz. Ich muss Suppen essen. Ich muss mir auch welche in Klammern machen, Alter. Ich geh mal da hinten hin und tu mir eben welche. Ich muss mir auch welche Klammern. Und hier ist natürlich kein Suppenteil. Ich warte, bis das Restore-Item da ist. Und es ist da. Super. Mal sehen, ist es hier. Ja, ich hab auch wieder neue Suppen. Okay, lass uns mal Lake treffen. Obwohl, ein Mate von uns nimmt das schon ein. Halt's nehmen lassen gehen. Okay. Wir gehen. Das heißt, mit dem Slam einfach hinspringen. Das ist eigentlich richtig praktisch, um sich in so Bad, wenn man sofort zu bewegen. Ja, aber dafür kannst du deine Teamkameraden killen. Ja, das ist ja egal. Das ist ja... Oh, fuck, Alter. Das hab ich gar nicht gesehen. Nein. High Speed. Ja, Junge, ich werd ganz alt gespammt, Alter. Warte, ich sag dann... Ich hab den Speed drauf. Ja, ich bin ganz alt so geschockt. Ja, du willst ihn, gell? Marst du auch. Ich hätte einfach Slam reinmachen müssen. Wenn du den ersten Jump failst. Nein, 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 ich hab den ja nicht gefällt. Ich war einfach zu langsam. Ich hatte den ja noch nicht mal gemacht. Fuck. Was schießt der nach unten, Alter? Der hat sich selbst getoppt. Badalalala. Was? Ich weiß, dass du den Kamin von hast. Dort ist der Ranger. So, da geh ich jetzt. Ich nehm mit ein. Also die Rob, ne, die sind irgendwie richtig schlecht beim Einnehmen. Aber irgendwie haben die trotzdem ein paar Punkte, weshalb aber auch immer. Aber sie sind so viele. Ich weiß auch, wenn wir gar nicht, wie so die gerade so viele haben. Haben halt die Hälfte von uns, aber die haben echt viele. Oh, der eine holt sich den Game, glaub ich. Oder ne, er läuft weiter zum Markets. Ich folg dem mal. The Ranger. Oh, er hat mich verbrannt. Die Drecksor. Die Drecksor hat mich verbrannt, ey. Das stimmt ja, wozu dir. Okay. Was heißt das? Oh, Alter, der gibt richtig viel Knockback. Oh, ja, unser Matt hat den gefickt. Er hat mich abgeschossen, aber ich hab geblockt. Ja, du kannst die Schüsse hier abblocken. Ich krieg einfach richtig fetten Knockback dadurch, Alter. Man hat vergessen, dass ich den Skil drin habe. Ja, der ist echt praktisch, um die Pfeile von den Ranger abzublocken. Deswegen, du bist eigentlich der perfekte Charakter, um gegen einen Ranger anzukommen. Ich bin zwar auf der falschen Seite, es ist mir aber egal. Oh, Mann, ey. Jetzt läuft dieser Ranger von mir weg. Alter, der spammt mich immer richtig heftig weg. Alle hassen dich. Ne, ich merk schon. So, der ist tot. Oh, oh, der fickt mich, der fickt mich jetzt. Ja, der hat mich gefickt. Ich hab den einen Magier gekillt, aber der hat mich bekommen. Wo bist du? Äh, ja, ich bin tot. Ich bin jetzt erst respawned. Bist du rot? Ich bin tot. Bist du tot? Ja, der eine Ranger ist aber schon beim Schrein. Na, warte, ich seh dich gerade. Naja, ich geh auf durch. Mit meinem Highspeed. Oh, Digger. Nein, ich werd wieder ganz alt gespammt. Das guckt nicht. Hey, hier geht Blocktoss nicht. Die Blöcke sind zu hart. Blöcke sind zu hart. Ja, man kann ja nur weiche Blöcke nehmen, sowas wie Sand oder Dirt. Hier sind die Blöcke zu. Du kannst kein... Ja, die Blöcke sind zu hart. Sandsteine. Ja, die sind zu hart. Das Spiel sagt dann hart. Zu hart. Ja, Blöcke sind zu hart, ey. Du bist so, Sand kann ich nehmen. Man kann das auch wirklich spammen. Ja, ne, okay. Ne, das war voll easy locker, die Runde. Ne. Die Runde. Ja, die war echt schwer. Das war echt schwer, Alter. GG Nobs. Nobs schreibt da einen in den Chat. Nobs? Ne, genau, warte. GG. Hab ich vergessen zu schreiben, aber dann tun wir das einfach mal in der Lobby, wenn die Hälfte der Spieler schon abgehauen sind. Ähm, ja, ne. Das war's mit der ersten Runde von den Brute. Und ja, das war einfach die Standardkombination. Am Freitag kommen wir dann mit der starken. Ähm, Mittwoch mit einer mittelmäßigen Kombination. Und am Ende der Woche kommt dann halt auch das entsprechende Fazit dazu. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Reingehauen. Und, Rico, noch was zu sagen? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.